Okay, die Axt ist am Ende, ich muss nur eine neue machen, das mag ich gar nicht. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich an dem Haus nicht vorbeiläufe. Äh, Bikinidamme. Äh. Ist das... Oh nein, die ist oben oben. Nein, du, ich... Nein, nein, bleib weg von mir. Nein, nicht. Hä? Nein, das Hund war bei dir. Ja, ja, das war bei mir. Ich denke mir gerade, bin ich auf einen Hund draufgestiegen. Bin mir keiner schuldbewusst. Da ist das Zeltlager. Ui, das ist ein Armeelager. Das sollten wir... Okay, meine Steinaxt erst ist zerteppert. Gleich einmal rauszerlegen und die nächste. Und dann bauen wir da noch eine. Steinexte sollte man immer in Reserve haben. Alter, ich will da an Land gehen und das ist ein Wildsau. Geh. Ja, das ist ein Wildsau. Ja, den darf man, glaube ich, nicht zu nahe kommen, gell? Nein. Dass die leicht aggressiv werden, wenn man sie anschießt, das wissen wir ja schon. So, wo war unser Haus? Das müsste den Weg da rauf sein. So. Dann umrunden wir da einmal großzügig das Armeelager. Und machen uns da nach oben rauf. Okay, da ist eine Street. Ich bin bei dem Armeelager, aber ich weiß, dass ich eine Miene tritte. Glücklicherweise ist vollkommen unberechtigt, die Sorge. Ja, von der Staffel, von unserer Let's Play Staffel, bleiben wir natürlich in der jetzigen. Aber der Neustart, also die Folge, wird natürlich gekennzeichnet. Ich komme. Mit Neustart. Ich sehe das Haus. Ich glaube, ich sehe das Haus. Bin zwar noch ein schönes Stück weg, aber... Okay. Ich bin gleich voll. Ich kann gleich wieder düsen. Ich hätte das Markieren. Ah, jetzt sehe ich es auch. Jetzt sehe ich auch das Haus wieder. Okay, gejagt. Schauen wir mal, dass wir da raufkommen. Mhm. Es steht die Straße, die Anhöhe rauf. Ja, es schaut sehr ähnlich aus wie... Okay. Wir haben ja den gleichen Sie da. Das muss man auch dazu sagen. Aber es hat sich doch ein bisschen was geändert. Gehäufig. Das zweite Haus zum Beispiel hätte ich nicht gesehen. Okay. Und eben das Zeltlager da unten. Und das hat es definitiv nicht gegeben. So. Ich bin gleich in der gemäßigten Zone. Wie schön. Und das Haus ist gedreht. Spannend. Okay. Ja, soll so sein, ne? Es hat sich um 90 Grad gedreht. Okay. 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 So. Ich sammle wieder Energy. Also ich baue noch mal ein paar Pfeile. Guter Plan. Ich baue noch mal einen Bogen. 30, 20 zusätzlich. Fertigen. Wir haben jetzt 50 Pfeile. Und dann würde ich sagen, starten mit der... Säuberungsaktion. Mit der Haus säuberung. Mh. Okay. Ich mach mal Pfeile. Drei. Spinnst du? Ich hab mir viel... Ach, mir fehlen die Steine. Vermut ich mal. Gut. Laufen. Ich bin fast bei dir. Ich hab allerdings noch keinen Bogen gar. Okay. Aber als Ablenkung diene ich allemal. Nein. So, ich laufe und du schießt, ne? So in der Richtung. So, Knochen haben wir bekommen. Das heißt, wir bauen uns gleich mal... In Messerchen. Ja. Rauf, 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 rauf. Immer den Hang hinauf. Yes. Ich sehe das Haus. Juhu. Juhu. Da kommt auch wieder einer. Und ran da. Mh. Oh. Ich krieg keine Glühbbarz. Cool. Okay. Ich bin beim Haus. Ja, aber ich auch. Jetzt legt er gerade den Zombie. Ah ja, ich... Ähm... Weil dann gibt's für dich auch schon mal ein Knochenmesser. Mhm. Bogen. Kannst du sparen oder hast du zu wenig Material? Ähm... Lass mich mal kurz nachsehen. Also beim Hauseingang selbst... Da hab ich einen Bogen, ja. Okay. Wollt grad sagen, vorm Haus ist relativ ruhig. Da seh ich keine Zombies mehr. Ich hab's noch nicht komplett umräumt. Oh, ich kann dich schon sehen. Ähm... Wie haben wir eingestellt? Respawn oder gibt's keinen Respawn? Nein. Ohne Respawn. Ohne Respawn. Okay. Aber dafür 150%. Ah, okay. Das heißt, wir kriegen ein bisschen mehr raus. Haben aber keinen Respawn. Okay, da liegt eine. Ich beginne mal zum Säubern da drinnen. Ja. So, ich... Okay. Wo ist's? Mh, hört sich das lecker an. Wo ist die Bogen? Wo ist die Bogen? Oh, da ist der Bogen. Okay. Mhm. Wo bist du? Drinnen? Ja. Ah. Beim Vordereingang. Ich war grad beim Hintereingang. Das ist okay. Okay. Oh. Oh, bist du da? Da? Ja. Ah. 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 war jetzt glück ich schrecke ich stehe neben dir okay drinnen sind noch einige ich halte den rücken frei großer kommt ok ich bin unter der Stiebe ok andere Tür so ich hole mir denn der Gott die Tür zu drinnen mhm alter was ist mit dir ist er raus aha da steht er mhm Achtung er kommt rundherum ja angelegt anledigt ja sehr schön so es ist sicher irgendwo wieder die Big Fat Mama kann natürlich sein dass sie im Dachgeschoss wieder auf uns wartet mhm super oh nein sie steht hier unten nehmt einen Kamin Achtung nehmt einen Kamin nehmt einen Kamin und ran alter die halte was aus mhm mhm aber ich glaube jetzt hat sie es jawohl wirklich ja und eine Eisenschaffel war wieder drinnen spannend sehr schön es gibt immer Eisenschaffel her die Madame mhm so ja dann gleich mal abbauen und dann beginnen wir gleich die Stufe zum zerlegen mhm muterst du hier unten ja mach ich ok dann kümmere ich mich um die Stufe ah Knochenmesserchen ja lege da gleich wo rein die Knochen jep so und zwar Kühlschrank oh da steht noch eine ok ich habe angelegt ah du stehst in der Schussbahn alter warum geh weg ja wenn ich nicht kann scheiße ich habe sie ich habe sie kacke wieder durchgeschossen das ist ist sie? ja diese Kulisionsabfrage bei dem Spiel mhm mh ärgerlich ärgerlich so ich werde da gleich ein paar Frames bauen mhm jup mhm passt das muss ich zumindest mal da rein stellen können apropos die Frames wir haben da Verbände zack da legen wir gleich einmal einen raus und da die Frames mhm so warst du oben schon? ja ich stehe ja schon hier oben ach so aufgemacht habe ich da noch mal oben ja sollte ich mal nachschauen oder? mhm mhm bitte mach das wir sind dabei ja da ist wer drinnen ja ja wie viele? irgendjemand kommt da wir sind ich habe ihm nur einen Zug gemacht rüber alter wie viele sind das? das ist das ist mhm nun war das weg oh es sind ein paar oh ja und wo geht es jetzt raus? ich äh ah da ist zu alter so so sie hängen beide an mir oder auch nicht naja ich habe keine Pferle mehr gescheiße er kommt raus jetzt dann nochmal 14 mhm ich habe keine Pferle mehr ich habe keine Pferle mehr so deiner ist weg der Manager der Anzugstyp ok mhm alter mitten in den Kopf und der geht nur immer ich habe leider keine Pferle ja jetzt liegt er und drauf auf den Kopf schlag ihn schlag ihn also von dem will ich keine bekommen also von dem will ich keine jetzt eben nur neun Pferle dann wird zehn ok ich habe genau einen ja super der ist wieder mitten durch ihn durch mhm so Kühlschrank ist hier irgendwo ein Kugelbot lass mir einen Kugelbot da jaaa ich habe ein Kugelbot sehr schön fünf Pferle noch mhm vier und der liegt noch nicht drei mhm jetzt mhm ich würde sagen du luftest gleich mal ein paar Federn und ich mache das hier rinnen klar ist das? ja ich habe noch ein bisserl ich werde jetzt gleich einmal die Pferle einstellen dass wir ihn auch machen ok so der erste ist zerlegt mhm den zerlegen wir auch noch ich habe jede Menge Gläser und Dosen sehr schön sehr schön ich habe auch ein paar Kaktusfrüchte sollte man vielleicht noch schnell Wasser nachfüllen äh es ist knapp neun Uhr also ok da füllen wir nichts mehr nachher da müssen wir schauen dass wir die Stiegen wegkriegen ich kümmere ich wollte gerade sagen ich kümmere mich um die Stiege ok so ich bin wieder da oh liegt da noch einer? ist noch einer drinnen? nee nee Fehlalarm meiner Seite ich helfe dir jetzt mal bei der Stiege ja ja das war doch ein ganz netter erster Tag würde ich sagen jup hmm so wir machen da das Stiege noch etwas safe und dann ich habe unten noch nicht ganz fertig gelootet muss ich sagen aber das läuft ja nicht davon richtig hoffe ich mal das nicht läuft es wird vielleicht zerkloppt aber sonst ok 4 Kaktusrüste ich habe 74 Federn sehr schön aber wie gesagt keine Steine gut so dann wir sind ja ich werde jetzt in Ruhe mal mein erstes Gewand machen ein Klo war drin in der Box ja nett und 5 Wasser und ich baue die gleich ab nochmal Eisen ruhen ich finde es war ein ganz guter Start ja es ist gut gelaufen aber gut wir kennen auch die Map schon wir haben ungefähr ja das ist das ist richtig das ist richtig so das da rösten auf das da erneuern wir da auch oh sorry achso nein Steinachst ist im Eimer ich dachte schon so jetzt ist es leer ähm Steinachst fertigen also schöner breiter Druck dann stellen wir da gleich mal Wood Frames auf mhm weil die sollte sowieso aufstellen und hochrüsten lass das bitte vielleicht mehr machen weil dann kann ich die quest okay ich ich widme mich mal meinem Gewand gell ja wenn ich den Platz so das ist auch erledigt ein Lagerfeuer soll man fertigen ich habe drei Rohre mittlerweile super Blödsinn wird das was so ja äh ja wenn es euch gefallen hat dann Daumen hoch schaut es wieder rein wenn wir weitermachen nach unserem Neustart bei 7 days to die ich hoffe es hat euch gefallen bis dann ciao